Games und Politik, das hat auch abseits der USK-Verbindung. Ein Beispiel dafür ist das Spiel Wolfenstein. Das sieht in Deutschland ganz anders aus als im Rest der Welt. Darüber haben wir uns mit Markus Richter unterhalten, er ist Gaming-Experte. Es gibt von Wolfenstein zwei Visionen, nämlich eine US-amerikanische, weltweite und eine für den deutschen Markt, könnte man sagen. Und die ist anders gestaltet, während in der US-Version ganz klar von Nazis die Rede ist und man einen Herrn Hitler trifft, ist es in der deutschen Version so, es gibt keine Nazis, es gibt das Regime und es gibt einen Herr Heiler, der auch einen gewissen markanten Bart nicht hat. Und dann gibt es noch andere Dinge, die zu einer politischen Diskussion geführt haben, weil nämlich in der US-amerikanischen Version tatsächlich das komplette Hitler-Regime da abgestellt wurde in dieser Zukunftsversion, also da ging es auch um die Vernichtung der Juden, um den Holocaust, ist auch das aus der deutschen Version rausgenommen worden. Da werden Menschen verfolgt. Aber es wird halt nicht so klar benamst, wer genau da umgebracht wird. Man muss das in zwei Sachen unterteilen. Warum zeigen die keine Hakenkreuze? Warum zeigen die nicht das Porträt von Adolf Hitler? Adolf Hitler, es gibt in Deutschland den Paragraphen 86a, das zeigen verfassungsfeindliche Symbole und das ist in Computerspielen im Gegensatz zum Film verboten und zwar nicht verboten im Sinne von du musst dein Strafgeld zahlen, wenn du es machst, sondern im Sinne von, das ist eine strafbare Handlung, dafür kann man ins Gefängnis kommen. Warum die den Rest nicht machen, das ist eine Frage, die man sich stellen kann, aber wo man wirklich nur interpretieren kann. Es gibt eine offizielle Stellungnahme von Bethesda, wo die sowas sagen wie naja, wir wollten das komplett fiktiv machen und das ist alles, was man dazu weiß. Wenn ich spekulieren sollte, würde ich sagen, das ist so eine Art kapitalistische Feigheit, weil wenn man anfängt, echte Nazis in so ein Spiel zu bringen, dann ist es, also A, in Deutschland muss man sich in dieser Diskussion stellen, ist es juristisch tragbar, so wie man es macht, das heißt, man muss diese Grenze genau ausloten und andererseits kann man sich halt auch in viele Diskussionen verwickeln lassen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Ding, dass der Holocaust da nicht vorkommt, das ist von Kritikern auch bezeichnet worden als Zensur, als Verschweigen des Verbrechens. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, so A, hier wird die Shoah, also als Stilmittel in einem Ego-Shooter benutzt und das ist ja jetzt nicht so geil, weil diese Killerspiele und dann noch Holocaust dazu, das geht ja gar nicht. Also ich glaube einfach, man wollte da sicher gehen, dass man ein edgy Spiel machen kann, ohne wirklich hart anzuecken. Ich glaube das nicht. Man kann hier wirklich nur spekulieren und tatsächlich bist du in einem Spiel heutzutage in Deutschland safe, wenn du keine Hakenkreuze zeigst. Das ist eine Diskussion, die gerade geführt wird, ob das noch zeitgemäß ist, weil in Filmen zum Beispiel geht es ja erst dann immer der Vergleich, aber wenn du das nicht machst, bist du safe. Gerade die Frage, nehme ich aus einem Spiel, was trotz der fehlenden Hakenkreuze ganz klar gegen ein faschistisches Regime, und diese Worte werden im Spiel auch benutzt, also auch die deutsche Version spricht von einem faschistischen Regime, nehme ich da raus, dass Dunen vernichtet werden? Das könnte man durchaus in einem Spiel zeigen. Und das ist ja, Wolfenstein 2 ist tatsächlich auch ein Spiel mit einer Geschichte, mit einem Inhalt und durchaus in popkultureller Sicht mit einem sehr wertvollen Inhalt. Also ich glaube nicht, dass das da Angst vor Indizierung war. Ich denke eher, das war Angst vor, weiß ich nicht, öffentlicher Diskussion und öffentlichem Backlash. Ich denke, das war Angst vor,